Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial, wie man mit einer Chordie eine Palme hochklettert. Also ich habe von den Locals gelernt, man macht sich das hier so zwischen die Füße und geht dann damit den Baum hoch. Bestimmt ganz easy. Ab geht's, little monkey! Okay, egal, ich gehe einfach hoch. Musch, tut dir nicht weh! Olin! Es stürzt sich ab! Das hat ja schon mal gut geklappt. Naja, war ja auch der First Try. Zweiter Versuch, jetzt mit der Leash an den Händen. Klappt aber auch nicht so hundertprozentig. So, jetzt sind hier so ein paar afrikanische Kinder dazu gekommen, die Linus jetzt erklären, wie man es richtig macht. Also es geht doch mit einer Koalige. Man braucht nur die Skills dafür. Klappt aber auch mit einer Koalige. Oh, tut das nicht weh? Ja, jetzt muss er es natürlich schaffen, wenn der kleine Junge es auch geschafft hat. So, jetzt müssen wir ihn noch öffnen, wa? Soll ich ein Messer holen? Die Kokosnuss-Profis. Die Kokosnuss-Profis. Ich sehe schon, wie er sich da den Finger sticht, ey. Ich kann damit umgehen. Ja. Oh nein! Alles für die Aufnahmen. Ich bin das wenn ich hungrig bin. Ja. Voll cute. Huch! So, die erste Hürde ist geschafft. Die grüne Schale ist ab. Oh, Monkey! Hey Monkey! Nimm ihn weg! Jetzt hat er ein Stück abbekommen und er ist zufrieden. Na, schmeckt dir Kokosnuss? Tastier! Tastier! Wollen wir es? Ja, das ist ein Stück. Es ist ein Stück. Es ist sehr tastier. Aber es ist viel zu tun. Monkey! Wife! Enjoy! Hallo Gibt nochmal ein Resultat Also wir haben es geschafft mit Hilfe der Locals hier den Kokosnussbaum zu bekommen Haha, you are the boss Coconut Boss Aber da gibt's was Wasser Fertig